So, weiter geht's! Yoshi Power! Wenn ich das richtig sehe, darf ich gleich Geld verdienen. Danke, Cooper, mein Bro. Ich brauch das Pflanzenspiel spielen. Toll, krieg's nicht mehr. Turmschläger. Was ist das denn? Ich hab keine Ahnung. Ein Stapel Blöcke hüpft auf und ab. Zerschmettere die Kisten, um an die Dora heranzukommen. Okay. Mal gucken, wie's läuft. Hey, oja, oja, oja. Ja, ey. Achso. Ey, in der 0. Sekunde. Oha. Ich dachte schon, hä, wie soll ich denn jetzt da drauf kommen? Du musst dir nur zählen. Oh. Okay, das wird mich nicht für schwer. Wo ist Toad aktuell? Bei dir auf der Seite, ne? Ja. Ich überlege, ob ich auch rübergehen soll, weil da ist auch ein Boho. Und da ist weniger Gefahr, dass es da Bosa ist. Diesmal hast du aber wirklich das meiste Geld. Ja. Erstaunlich, aber wahr. Keine Münzen. Ah, ich find, das geht voll klar. Ach, ich hatte schon Angst, ey. Weshalb? Ja, dass auf das Fragezeichenfeld kommt. Du bist besser geworden, ne? Ja. Ja, du bist doch erster und hast Geld. Ja. Boxenhaufen, irgendwas. Schlagen. Ah, ja, 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 ja. Jetzt angreifen und so. Ja, okay. Bring mal Elm! Oh mein Gott. Alter, der hat ganz viel Geld bekommen. Ey, warum schubs den? Aua! Danke. Ja. Alle kloppen auf mich ein, ne? Boah, Luigi kriegt über 15 Münzen. Oha! Oha! Dann hast du die Säcke bekommen. Ja, krass. Nicht krass. Ja, doch. Als ob ich jetzt auf Bowser gehe. Ich bitte dich. Ja, was willst du denn? Ja. Ja. Wenn ich das richtig sehe, ist die rechte Insel, die bessere. Und, äh... Oh. Links mit. Ich darf schon wieder Geld verdienen. Uh. Oh ne, das hab ich nie verstanden. Finde den Anführer der Bohoos. Der Anführer ist der Boho, der sich als Erster bewegt. Okay. Wer hat sich denn als Erster bewegt? Hä? Hast du das gecheckt? Nein. Die haben sich alle bewegt. Ich hab das gar nicht gecheckt. Das ist doch ein Bonospiel. Wieso krieg ich da noch Geld abgezogen? Das ist Mario Party. Was frag ich da überhaupt noch nach? Jetzt... Ey Nadine, das ist dein Brett. Ich merk schon. Das ist einfach dein Brett. Aber sag das nicht zu früh. Ich kann immer noch verlieren. Was? Du weißt schon, dass keiner von uns einen Stern hat. Ich was? Und dir geht's finanziell gut und du hast zwei Sterne. Ja? Ja. Da ist euch egal gewesen. Ja, ein Punkt Unterschied. Eine Münze. Nein, gleich geht's alle gegen mich. Es sei denn, einer von denen kommt auch auf ein Feld. Auf ein rotes oder ein grünes. Äh, warum geht der raus? Hat eine Frage vielleicht, hat er ja was im Sinn. Vielleicht will er ja auf Chance-Time kommen. Okay, ne. Oh, Mensch, ich weiß was der Plan war. Der wollte vor dem Stern landen und dann rüber switchen. Mhm. Mhm. Das ging ja mega nach hinten los. Oh mein Gott. Da, 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 da. Jawoll. Was? Ich bin nicht alleine. Bombskidball. Das heißt du. Bei diesen 2 gegen 2 Bombskidball gewinnt wer zuerst Punkte. Drücker B im Sprung, um zu werfen. Oh, Ball stehlen, passen. Okay. A und B laufen. Mal gucken. Das sieht so geil aus. Oh mein Gott. Jawoll. Ernsthaft? Du hast mich getroffen. Loll, ich brauch doch nicht mal was machen. Ach ja, wieder aus eigener Tasche. Ja, ich wusste es. Ach, Mann. Aber du hast noch Chancen, dass jemand von uns drauf kommt. Ja, dann weiter. Ich krieg als Bowser an die Backe. Das ist doch scheiße. Ich zweiter bin, ist ein Wunder. Warte, du hast wirklich fast drauf gekommen. Ja, fast. Guck mal, Luigi. Ach, Mann. Kann ich einer von euch nochmal auf so ein Ding drauf? Bitte. Mario, wo bist du? Mach das. Komm, ne 4. Wetten, der geht da drauf, wenn ich dahinter bin. Komm. Gegen mich, ey. Das Spiel hat sich gegen mich verschworen. Wie groß ist Münzprügeln? Da kann ich ja gar kein Geld verdienen. Oder? Nee. Das ist ja nur gegen mich. Was hat das Spiel für ein Problem? Hey, wieso springt der denn nicht? Hat das einen Cooldown oder was? Wo hast du mich denn erwischt? Aber ich krieg deine Münzen nicht. Warum springt der Kek denn nicht, wenn ich A drücke? Jetzt hab ich nur noch 7 Münzen. Oha. Ja, ich bin nicht arm, wenn ich bei dem Penner lande. Jetzt so auf der Insel. Das macht gar keinen Sinn. Oh, fast. Ich bin so sauer, Mann. Ich bin so sauer, Mann. Wildes Ausschneiden. Tolles Spiel. Nein. Ja gut, aber eigentlich nicht viel darüber reden, ne? Es ist einfach... Einfach den Gouhu ausschneiden. Eigentlich ein ziemlich chilliges Spiel. Wo bin ich denn da? Mal schauen. Ey, das war doch perfekt bei mir. Wieso war Luigi seins denn besser? Ich kann mich leider nur nicht freuen, weil ich jetzt wieder mein Geld verliere. Und dann kommt der Stern wieder dahin, ich könnte kotzen. Leck mich, gib mir deinen scheiß Ring. Guck mal, er gibt mir schon keinen Ring mehr. Der kostet ja auch 30 und keine 10. Jetzt bin ich wirklich angepisst. Also ich bin jetzt wirklich angepisst. Das Spiel ist totaler Scheiß. Das ist mir so egal, ich hab eh nichts zu verlieren. Ich bin schon. Bist du im Bowseranzug. Du kannst nur laufen und springen, aber der spinnt manchmal nicht. Ja, der hat Verzögerung. Oh, süß. Definitiv süß. Hat das jetzt nicht gezählt. Warum keiner von uns kriegt das, glaube ich, das Wichtigste. Das ist... Oh Mann. Hallo? Ihr habt mir gut abgezogen. Ich hab trotzdem kein Geld bekommen. Ich hab trotzdem kein Geld bekommen. Ja, ihr bekommt ja auch kein Geld. Ach so. Nur wenn es als Minispiel geht. Also nicht über Bowser, sondern einen Nomaden. Schaden putzen jetzt wirklich nicht eigentlich. Also lustig wäre es, wenn jetzt keiner mehr aufs Feld kommt. Ich find's einfach nur frech. Das Spiel hat mich richtig am Arsch. Und ich bin nicht schlecht am Mario Party. Aber ich hab noch nie erlebt, dass ich keine Münzen hab und keinen Stern hab. Und wir sind wahrscheinlich da schon in Runde 10. Und die Runde kam dann halt mit, äh... Ich hab ja gesagt gleich. Ne, warte, dann wären wir bei Runde 15. Das geht ja bis 20. Ich find's auch scheiße, dass man sich das angucken muss. Weil es dauert einfach viel zu lange. Ich bin schon wieder verkehrt. Äh? Links. Natürlich weiß er das. Finish! Der wollte doch eben schon nach links gehen. Da war der nämlich auch schon. Aber dann hat er sich nochmal gedreht. Ist aber genau da stehen geblieben. Digga, ich seh doch, was hier los ist. Wario wird supported. Du auch. Und Luigi geht's dann auch noch gut, find ich. Alle gegen mich! Nicht immer was schlechtes. Piranha-Verfolgung. In anderen Teilen ist sogar eigentlich chillig der Einzelne zu sein. Drücke wiederholt B und der Piranha-Pflanze zu entkommen. Na ja, okay, das bist du. Du musst springen und laufen. Okay. War schnell drücken. Ja, wir müssen nur Stamm-Attacke machen. Digga, ganz schnell drücken und springen. Wo bin ich denn nicht? Wir laufen in der Pflanze. Komm schon. Dummy! Ey, das war mies. Das war gemein. Der ist direkt vor meinen Augen umgekippt. Wie viel verliere ich? 15 würde ich schätzen. Oh, ich hab 5 Münzen! Wow! Noch 10 Runden! Ja komm, gib mir doch den Sack! Gib mir Geld! Oha! Ah! Du hast im Fall viel abgezogen! Wo ist Taut gerade? Drüben, ne? Ne, hier! Oder? Der ist eh gleich nicht mehr drüben. Äh, hier! Digga, du kriegst deinen dritten Stern! Ja! 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 So, um es euch mal klar zu machen. Ich will sie nicht als Noob beleidigen, aber sie hat was noch nie gespielt. Und sie ist erster mit Vorsprung. Ich mein... Ich mein, sieh doch, was hier abgeht. Ich spende ja auch den Sieg, aber ich find's unfair, was mit mir passiert. Ich mein, es muss echt viel passieren, dass du das noch verlierst, ehrlich gesagt. Es kann viel passieren. Ja! Der hat sich wieder geholt, aber von dir. Ja... Wie lange hat er mir jetzt geklaut? Über 10. Was schon wieder? Luigi hat den Hammer. Nicht mehr lange. Stimmt. Das gibt's nicht. Ey, ich hab... Ich hab den immer weggenommen. Au, du Drecksack! Na gut, mach weiter. Komm! Arbeitest du mich? Ich hab den immer weggenommen. Ey, ich hab den auch nicht. Oho, der hat mich einfach weggauen! Ich hab ihn zwei Säcke geklaut. Sechzehn, Alter! Oho! Zwei! Zwei! Vonern! Tschüss! Tja Bisch. Tja. Tja, Tja. Tja, Tja. Tja. Oho, das ist ja. Tja, Tja. Tja, Tja. Tja, Tja.